Hallo liebe Algezähler, jetzt zeige ich euch, was für Übungen ihr machen müsst, um das Rookie Level zu bestehen. Das war's für Übungen, was für Übungen ist. Der erste Tipp, wenn ihr mit Brett werft, dann versucht die oberen Ecke von dem Brett anzuposieren, dann geht der Ball schon alleine rein, wenn ihr es schafft, dann geht das Brett doch nicht. Ihr versteht, was ich sage. Die zweite Sache ist, wenn ihr Bleibungen werft, ihr seid wahrscheinlich nicht ganz so kräftig wie ich es bin, also müsst ihr ein bisschen mehr in die Knie gehen. Also runter, Strom aus dem Knie hoch und dann werfen. Ansonsten, ihr könnt das und seid einfach konzentriert an der Weltwissen.